Wenn man unstrukturiert Daten verstehen will, muss man sich drei Kategorien anschauen. Es gibt auf der einen Seite strukturierte Daten. Das sind die Daten, die in Datenbanken abgelegt sind und strukturiert bedeutet auch, warum ich mehr über diese Daten weiß, weil ich bestimmte Mechanismen habe, wie ich die Datenbank mit Daten auffülle. Also habe ich ein klares Bild, was für Daten in der Datenbank sind. Dann gibt es die unstrukturierten auf der ganz anderen Seite. Das sind eben typischerweise Pfeilablagen, Homeserver und ähnliche Dinge. Da werden Daten, die ich zum Arbeiten benötige, Lebensläufe, PDFs, Rechnungen, irgendwelche Daten, von denen ich zwar weiß, dass sie abgelegt werden und eine gewisse Struktur dahinter baut, die persönlich vorgegeben ist oder von dem Unternehmen vorgegeben werden, aber per se habe ich keine Idee über die Indizierung und die Inhalte dieser Daten. Zwischendrin gibt es noch semi-strukturierte Daten, die in Exchange vorzufinden sind oder SharePoint, eine ein bisschen modernere Ablage des File-Systems, wo ich dann eben eine gewisse Struktur vorgebe und eine gewisse Indizierung. Die Herausforderung mit unstrukturierten Daten ist als erstes, dass ich die Inhalte der Daten erkennen muss. Also ich muss sie klassifizieren, weil es können sehr wertvolle Daten sein und es können aber auch Lebensläufe sein, die sozusagen einer Löschung zugefährt werden müssen. Intellectual Property, viele verschiedene Daten, die ich erkennen muss, sind sie compliance-technisch für mich relevant? Das ist die erste. Also ich muss eine Datenklassifizierung drüber machen. Dann, welcher Personkreis hat darauf Zugriff? Welcher von diesen Personen, die zugreifen, greifen auch tatsächlich darauf zu? Sind es legitime Zugriffe oder wie in einem Mailware-Attack greifen plötzlich User oder Programme, die sich als User ausgeben, in einer schädlichen Art und Weise darauf zu? Diese ganzen Sachen sind die Problematik an unstrukturierten Daten, die ich in den Griff bekommen muss. Wie können wir helfen, dieses Problem in den Griff zu bekommen? Das ist relativ einfach. Als erstes führen wir eine Data Classification von den Daten durch. Wir verstehen also die Inhalte von diesen unstrukturierten Daten. Das ist der erste wichtige Punkt. Dann erkennen wir den Personenkreis, der darauf zugreifen darf und mit dem Personenkreis, der tatsächlich darauf zugreift. Darüber können wir dann ein sogenanntes Least Privilege Modell zu führen. Also wirklich nur die Leute, die darauf zugreifen müssen und können, sollen zu etablieren. Dadurch minimieren wir das Risiko schon an dieser Stelle. Das können wir sowohl bei Daten, die wie wir nennen On-Prem, also bei dem Kunden selber sind oder in der Cloud sind. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Office 365 Box oder andere Cloud-Applikationen. Über diese ganzen Daten können wir nämlich diese Datik-Klassifizierung machen, ein Least Privilege Modell machen und gegen Malware über UBA, User Behavior Analytics schützen. Und jeder, der da interessiert ist, das zu machen, dem machen wir ein sogenanntes Eval Risk Assessment. Also wir schauen uns die Daten an, klassifizieren die und stellen dann fest, in welchem Risikolevel der Kunde ist mit seinen unstrukturierten Daten. Musik